Künstliche Intelligenz hat einen wichtigen Einfluss auf die heutigen Musikschaffenden. Sie können Künstliche Intelligenz in ihrer Arbeit verwenden. Es gibt aber auch Fälle, wo die Künstliche Intelligenz die Musikwerke ohne sie schafft. Das macht natürlich Angst. Technologische Veränderungen gab es aber auch schon in der Vergangenheit. Auch mit der KI gilt es sinnvoll umzugehen. KI-Generatoren sollten zur Transparenz verpflichtet werden. Und wir brauchen eine Vergütungslösung für vorbestehende verwendete Trainingsdaten. Besuchen Sie Külteo 2024. Die Veranstaltung wird alle interessierten Kreise zusammenbringen, um konkrete Vorstellungen zu entwickeln, wie man in Künstliche Intelligenz umgehen soll in Zukunft. Das wird auch für die Urheberinnen und Urheber wichtig sein, weil sie sollen auch weiterhin von ihrer Arbeit leben können. Künstliche Intelligenz Vielen Dank.